Ich schwöre euch, ich war motiviert. Was daraus geworden ist, könnt ihr in diesem Video heute sehen. Hallo und herzlich willkommen, mein Lieben, zu einem neuen Video von mir und diesmal, hätte ich es wohl gedacht, gibt es den Lesemonat April 2016. Und ja, ich habe es im April 2016 geschafft, ganze... Drei Bücher zu lesen? Unglaublich, ich weiß. Ja, ich hänge im Moment bei David Mitchell die Knochenuhren. Und hängen ist eigentlich auch so das falsche Wort, denn die Knochenuhren hat 800 Seiten. Und es ist nicht so, als wäre ich nicht motiviert oder als wäre dieses Buch furchtbar langweilig. Oder als wenn es so ein Stock nach Schreibstil wäre und ich momentan in so einer Geschichte gefangen bin, die mir einfach nicht zusagt. Und ich deswegen nur warte, bis es wieder toller wird. Nein, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe zwar auch viel gelesen, aber ich weiß nicht. Es kommt irgendwie langsam. Ich komme nur langsam voran und ich lese auch mal ab und zu mal was. Und ja, ich bin viel müde in letzter Zeit und ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Und jedenfalls sind es dann also nur drei Bücher geworden. Das erste, was ich diesen Monat fertig gelesen habe, ist das Buch von Eve Chased, Black Rabbit Hall. Black Rabbit Hall ist ja schon im Blau-Rolli-Verlag als Hardcover. Weiß ich gerade nicht, so um die 20 Euro wahrscheinlich. Und ja, ihr seht das hier, das hat so einen Schutzanschlag. Da drunter ist das komplett so grün, ja, mit Beugen und Herrenhaus und so. Und ja, Black Rabbit Hall. Da geht es, es werden zwei Zeitlinien erzählt. Einmal die Zeitlinie von Lorna, die ist verlobt und fährt mit ihrem Verlobten so eben so, ja, Häuser, Herrenhäuser ab. Weil sie sich in den Kopf gesetzt hat, gern in so einem tollen alten Herrenhaus zu heiraten. Und ja, die fangen jetzt die falsche Location ab, der Verlobte ist schon mega genervt. Und sie kommen dann zum Schluss zu Black Rabbit Hall und Lorna ist sofort verliebt in dieses Anwesen. Die, ja, die Bewohnerin, die Herrin des Hauses ist ein bisschen seltsam, aber die, ja, Bedienstete ist ganz nett. Und ja, aber ihr Verlobte hat schon ein komisches Gefühl. Und dann stürzt auf einmal auch Lorna's Vergangenheit ein. Und eben diese Vergangenheit wird in einem zweiten Zeitstrang beschrieben. Wir befinden uns dort, glaube ich, so, ja, sagen wir mal 30 Jahre zurück. Es lebt eine Familie auf Black Rabbit Hall. Vater, Mutter und drei Kinder sind es, nee, vier Kinder sind es, genau. Und ja, sie leben dort ihr Leben und verbringen dort ihre Sommer und ihre Freizeit ein Kind in London. Und einem diesem, ja, zu Ostern passierte etwas, was diese ganze Familie auseinanderwirft, durcheinander. Und die versuchen irgendwie damit klar zu kommen. Und dann passieren eben noch mehr und mehr Sachen, die sich immer so weiter aufeinander aufbauen. Und die natürlich eine gewisse Dramaturgie haben. Und die natürlich dann mit dem zweiten Erzählstrang, wer hätte es so wohl gedacht, verknüpft werden. Aber wie, das werde ich euch natürlich nicht verraten. Das ist ein sehr schönes Buch. Es ist eine Familiengeschichte, eine Familien-Saga. Ja, es liest sich sehr, sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war, ich war komplett in dieser Geschichte drin. Ja, in diesem Cornwall spielt es, glaube ich. Und ja, es hatte diese Atmosphäre. Man war in diesem Herrenhaus da, ganz auf der einen Seite irgendein Wald. Und auf der anderen Seite ist das Meer mit der Küste. Und es ist sehr, sehr schön zu lesen. Und auch die Geschichte und die Verbindung erst mal der Geschwister. Und dann später zwischen Alona und ihrem Verlobten. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als nächstes habe ich dann gelesen von Woffbjerg Auerhaus. Erschienen ist das Ganze hier im Blumenbach Verlag. Weiß ich jetzt auch. Und es geht nicht um Jugendliche, also es geht schon um Jugendliche, die in einer Kommune wohnen. Aber die haben sich nicht alle versucht, selber umzubringen. Sondern nur einer von ihnen hat sich versucht, umzubringen. Und ja, da die gängigen Methoden, also Psychiatrie und Therapie und so, nichts gebracht haben, beschließen, seine Freunde eben mit ihm zusammen in ein leerstehendes Haus zu ziehen. Und dort ja quasi eine Kommune zu bilden, eine Gemeinschaft. Und ihr Leben eben versuchen, selber auf die Reihe zu kriegen. Sie sind alle gerade in ihrer Abiturphase, schreiben gerade ihre Prüfungen. Und müssen jetzt nebenbei zum ersten Mal in ihrem Leben sind sie selbstständig. Und versuchen eben, ja, irgendwie doch mit dem Leben klar zu kommen. Und zu versuchen, warum sich ihr Freund umgebracht hat. Und auch ein bisschen auf ihn aufzupassen, damit es nicht wieder passiert. Und so werden hier die Leben beschrieben. Jugendliche leben am Ende ihrer Schulzeit quasi an der Schwelle zu dem, was danach kommt. Was ja für viele noch ein Mysterium ist. Einige von ihnen haben natürlich feste Pläne, wie es auch im Leben so ist. Und die anderen schweben noch irgendwo zwischen Ja, Nein und Vielleicht und Ängsten. Und wie die Jugendlichen eben haben. Und wie sie damit versuchen, klarzukommen, eben auf ihre ganz unterschiedliche Art und Weise. Wird in diesem Buch beschrieben. Ich habe ja schon erwähnt, dass das im Literarischen Quartett, da habe ich das Buch auch 4 zu 0 gestanden hat. Fünf Sterne sind es von mir nicht. Vier habe ich, glaube ich, gegeben. Weil es zwar gut geschrieben ist und auch eben es gut wiedergibt, diese Schwelle von Jugendlichen. Und wo man noch so behütet wird und noch nicht so ganz eigenständig ist zu dieser kompletten Eigenständigkeit. Man muss irgendwie selber mit dem Leben klarkommen, wie das Leben so läuft. Ja, eben Geld verdienen und sich einen Job suchen, quasi eine Wohnung alleine und so. Und das beschreibt dieses Buch ziemlich gut und deshalb von mir 4 von 5 Sternen. Das letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, ja es ist schon wieder so weit, ist auch das schwächste Buch, was ich diesen Monat gelesen habe. Und ich muss dazu sagen, vielleicht, dieses Buch habe ich vielleicht nicht verstanden. Und es könnte sein, dass wenn sich jemand so mit Politik auskennt oder so mit den gesellschaftlichen Geflogenheiten in Tschechien und so, dann könnte das vielleicht was gewesen sein. Ja, und vielleicht habe ich das Buch auch gar nicht verstanden und bin da nicht so in der Historie. Oder es wurde im Internet auch gesagt, also ich habe es nochmal, ich habe nochmal gegoogelt und versucht, das Buch zu verstehen, dass der Autor noch mehr Bücher geschrieben hat und die alle irgendwie verschiedene Thematiken aufgreifen, die aber irgendwie aufeinander aufbauen und das soll auch eins davon sein. Und ja, ich habe es jedenfalls noch nicht so gut verstanden. Warte mal kurz. Jedenfalls geht es um Einnehmern von Daniel Götzsch. Ja, ich kann euch dieses Buch nicht aus der Sicht eines Literaturwissenschaftlers erklären, eines Literaturkritikers oder eines Politwissenschaftlers oder so. Ich bin ein einfacher Leser und aus dieser Sicht werde ich euch versuchen, dieses Buch zu erklären. Es geht um einen Protagonisten, der eigentlich in Berlin wohnt und alles sein Leben gerade irgendwie den Bach runterläuft und auf seinem täglichen Besuch in die Kneipe quasi sieht er einen Unfall und die Arzthelferin oder die Rettungssanitäterin verwechselt ihn, quasi denkt, er ist der Bruder des Opfers, weil sie sich so ähnlich sehen und übergibt ihm eben seine Sachen in Tasche und da drin sind auch Reisen, Reisepässe und beziehungsweise Tickets zum Reisen nach Tschechien, nach Prag. Und ja, das nimmt er sofort wahr, um aus seinem Leben eben auszubrechen und dort geht die Verwechslung eben weiter. Alle halten ihn für Jan und er ist aber gar nicht Jan. Er ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, weil Tom ist ja glaube ich richtig. Und ja, und er spielt eben dieses Spiel einfach mit, übernimmt eben das Leben des Anderen. Die Szene beginnt, aber ich weiß auch nicht, ob das in Tschechien oder Russland war, weiß ich auch nicht, oder Rumänien, da kommen ganz viele Nationalitäten eben zusammen und es ist alles irgendwie so ein Mischmasch und die Geschichte fängt an, dass er irgendwie bei der Oma ist von Jan, nicht seiner eigenen Oma und dort irgendwie sich reingeschmarotzt hat eben und ja, die Nachbarn sind auch schon ein bisschen misstrauisch, glaube ich jedenfalls, dass das so war. Und die Oma, man weiß nicht, ob sie weiß, dass das nicht Jan ist, aber sie ist halt ganz glücklich, dass er da ist und so lässt er sie ihm den Glauben und ja, und dann wird er wieder verhört auf einem Flughafen und dort versucht festzustellen, wer er eigentlich ist, seine Identität festzustellen und ja, es sind immer so Sprünge und dann wird es auf einmal ganz politisch und Revolution ist ein großes Stichwort in diesem Buch eben, ja, dieser, man weiß nicht, was der Jan eigentlich wirklich richtig gemacht hat, aber er scheint vor irgendwas geflohen zu sein und jetzt ist er wieder da und muss sich doch dem Ganzen stellen und da ist noch irgendwelche andere große Figuren und ich habe das alles nicht verstanden. Vielleicht kann es mir jemand von euch erklären. Ich habe versucht schon eine Revenue dazu zu drehen und zu machen, aber mir fehlen einfach die Worte und vielleicht habe ich einfach intellektuell dieses Buch nicht verstanden und ich wäre sehr dankbar, wenn einer von euch mir dieses Buch und seine tieferen Ebenen vielleicht in den Kommentaren erklären könnte, weil ich habe das, ich gebe es zu, ja, ich muss aus der Sicht eines normalen Konsumentenlesers eben, ja, euch darstellen und mehr kann ich in diesem Moment auch nicht tun. Ja, jedenfalls habe ich diesem Buch, ich glaube, drei Sterne geredet, weil, also insgesamt, man hat es dann im Großen und Ganzen dieser Hauptgeschichte, um die es oberflächlich offensichtlich geht, verstanden. Ob da noch Meta-Ebenen und tiefergehende Ebenen waren und welche politischen Aussagen da stecken, ich weiß es nicht. Ja, das zu diesem Buch. Ansonsten war es das mit meinem Video, wie gesagt, ich habe nicht so viel gelesen, drei Bücher. Ich versuche mich weiter zu motivieren und ich bin auch schon über die Hälfte von Die Knochenohren von Dirk Mitchell und es gefällt mir außerordentlich gut, dieses Buch. Und ich weiß nicht, ich muss mich selber motivieren und manchmal hat man das Leben. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr eins von den vorgestellten Büchern schon gelesen habt oder ob ihr es vielleicht jetzt lesen wollt und, ja, und ansonsten auch alles, was euch vielleicht so einfällt. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.